Mit einer zweitägigen Party feiern Mensch und Tier den 110. Geburtstag des Bergzoos in Halle. Am Dienstag stellten die Veranstalter auf einer Pressekonferenz ihr bunt gemischtes Programm für den 28. und 29. Mai vor. Große und kleine Gäste dürfen sich auf jede Menge Live-Musik, Streicheleinheiten mit Tieren, Klaunerie, Artistik, tierische Spielshows und Kindertheater freuen. Wer wie Oberbürgermeisterin Zabadosch persönlich gratulieren möchte, sollte am Sonnabend um 14 Uhr an die große Radiobrockenbühne kommen. Wie die Initiatoren mitteilten, wird es außerdem eine Zoosafari geben, eine Trommelperformance im Elefantengehege und während der Tierfütterungen verraten die Pfleger alles über die Futter und Lebensgewohnheiten der Tiere. Gäste sind eingeladen, am Geburtstagswochenende bis in die Nacht zu feiern. Am Samstagabend hat der Zoo bis 24 Uhr geöffnet und lädt mit Live-Musik und fantasievoller Beleuchtung zu einem Besuch ein.